Herzlich Willkommen zum Zweikampfsofa und Neverwinter. Ab Donnerstag wieder eine Woche doppelt Kampagnenwährung. Diesmal für Ravenloft. Einfach in das Gebiet nach Barovia gehen, Quests abschließen und die doppelte Menge an Kampagnenwährung abgreifen. So könnt ihr euren Charakter oder irgendwelche Twinks viel schneller durch die Kampagne bringen oder einfach Währung ansammeln, um euch im Kampagnenladen tot zu shoppen. Parallel dazu, wer keinen Bock aufs Questen hat, der kann im PvP doppelt Ruhm erringen, wenn er anderen Spielern was auf die Mütze gibt. Also egal was von beiden ihr macht, habt viel Spaß dabei, bis zum nächsten Mal, tschüss. Sollte 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 Untertitelung des ZDF, 2020